Bis wann kann man Fajr nachholen? Fajr natürlich muss man beten zwischen Sonnenaufgang, also zwischen Ersehn von Fajr und zwischen Shuruq. Solange das ist die Zeit, wo es noch gültig ist. Alles danach ist dann, dass man es nachholt. Und hier muss man natürlich sofort, wenn man aufwacht oder wenn man sich erinnert oder wie auch immer, muss man dann sofort beten.